Probleme lösen, statt darüber zu diskutieren. Philippenentsorgung, seit über 40 Jahren in der Region Aachen tätig. Das große Spektrum unserer Dienstleistungen reicht von Abfallentsorgung und Containerdienst sowie Annahme von Abfällen am Betriebsstandort über Entsorgungskonzepte, Tief- und Straßenbau, Kanal- und Pflasterarbeiten bis zu Außenanlagen, Hausanschlüssen und Kanaldichtigkeitsprüfungen. Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Untertitelung. BR 2018